Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Willkommen zurück zu Minecraft Team Let's Play auf meinem Channel Folge 5 jetzt hier. Und ich hab ja gesagt, wir müssen die Mauer hochziehen, oder beziehungsweise die zweite Etagenwand, die wir vergessen hatten in der Folge 4, glaube ich war es. Das werden wir natürlich jetzt nachholen, denn wir wollen das ja nicht hier ungeschehen lassen, sondern tun noch ein bisschen was hier. So, das sieht supi aus, da müssen wir, glaube ich, ne, das hatten wir, glaube ich, so gelassen, wenn ich das richtig sehe, da hinten, oder? Ja, ein bisschen da hinten gemacht. Mal eben schnell rüberfliegen, wir können's ja. Ah, okay, wir haben das einfach so unter dem Weißen gelassen. Gut, supi. Das ist doch schön. So, dann machen wir natürlich hier direkt weiter. Ziehen hier auch die Wand hoch. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Ich hoffe, das gibt keine rechtlichen Konsequenzen, wenn ich das hier anfange zu singen. Ähm. Ja, viele fragen sich jetzt, warum der Let's Play Live-Song auch weg ist. Ähm, da gab's auch ein paar rechtliche Konsequenzen, deswegen musste ich den einfach mal rausnehmen. Es wird aber ein neuer kommen. Versprochen, der ist in Arbeit. Wann ich den fertig haben werde, weiß ich noch nicht. Ich war, wie gesagt, viel zu tun in der letzten Zeit, so ein bisschen. Und, ähm, das ist doch, das ist doch irgendwie, ne? Mein Gott, geht das schnell. Ist ja Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Und jetzt haben wir die Mauer auch schon fettig. Oder die Wand. Äh. Ah, okay. Wir haben hier einen Fehler begangen. Weil wir müssen noch einen weitergeben. Die Musik ist gerade so ulkig im Hintergrund. Ich hörte hier aber nur so ein bisschen, weil der Regen zu laut ist. So. Mein Gott, geht das schnell mit dem Bauern? Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so schnell jetzt hinkriege. Jetzt so zügig doch zu bauen. Und da unten wachsen Palmen. Sehe ich das richtig? Da wachsen Palmen. Oder was sind das? Also, ich hab die nicht hingepflanzt. Keine Ahnung, wo die herkommen. Naja, ist ja auch, ist ja auch Wurst. So, ähm, jetzt schon Unkraut hier an der Wand. Gibt's denn sowas? Das ist doch unmöglich. Noch niemals ganz eingezogen in der Bude und schon wächst Unkraut. Wo ist der Vermieter? Wo ist der Vermieter? So, ich hatte mir das vorgestellt. Wie gesagt, ich wollte ja hier so einen Bogen bauen. Also so einmal so hier so rum. Dann hier auch so rum. Und hier auch so rum. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt... Ich würde jetzt hier erstmal ein Lämpchen hinzimmern. So. Und hier auch. Dann haben wir da ein wenig mehr Licht. Wie, wie, wie. Schade, dass man auch keine MP3-Musik einfügen kann. Natürlich rechtlich freie Musik würde ich dann hier einfügen für euch. So, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich den Bogen bauen werde. Ob ich da einen anderen Stein für nehmen soll. Hm. Das sind, glaube ich, diese... Ach, da sind Eisblöcke. Es gibt aber noch, ich weiß... Glowstone. Glowstone. Sind das die leuchtenden Steine? Ich glaube schon, ne? Irgendwie so einen coolen Bogen zu bauen. So einen Torbogen. Womit bauen wir das denn? Da bin ich jetzt mal gerade ein wenig überfragt. Nee. Nee, 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 nee. Ähm. Quarzsäule. Und was haben wir hier? Erdstein. Ich werde mal die Quarzsäule mal kurz auswählen und mal gucken, wie die aussieht. Damit hätten wir auch gut unsere Säulen übrigens bauen können. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber egal, das Schwarze finde ich auch ganz cool. Ähm. Ein Bogen. Tja, wie bauen wir denn den Bogen? Der Bogen muss auf jeden Fall... Die Frage, sieht das... Das sieht doch nie im Leben aus. Ich brauche da einen anderen Stein für. Irgendwie einen anderen Stein. Was ist mit ihm hier? Mit ihmchen? Den könnte man gut nehmen. Ja, den könnte man echt gut nehmen. Ich baue das jetzt erstmal nur so provisorisch hier hin. Ja, also nicht wundern, dass ich jetzt hier vorne so zwei hinschimmle, hinknalle. Ähm. Was war das denn? Ein Flugzeug? Ähm. Ich bin allein in Minecraft. Ähm. Weil ich ja den Bogen bis dahin bauen muss. Das heißt, ich muss den ja von hier aus... Ähm. Oder soll ich den da drauf bauen? So mit Füßen? Und dann so hoch gehen nach da? So. Schauen wir mal. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Weil jetzt erstmal hier so ein... So ein ganz normalen, eckigen Bogen. Ja. Jetzt nimmt das Ganze schon ein wenig Formen an. Man sieht's. Also... Jetzt wird's schon interessant. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Video sagt. Was ihr davon haltet, so von so einem Bogen zu bauen. Das ist jetzt erstmal mein Muster. Ja? Mein Muster. So. Hm. 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 Ja, ich muss mal ein bisschen kurz mal grübeln und nachdenken, wie ich das Ganze doch baue. Ja? Ja. Das sieht gut aus. Das könnte so funktionieren. Wenn ich mir das so vorstelle. So. Der kommt dann dahin. Da kommt dann einer drunter. Ja. So. 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 So, glaube ich. Ja, genau. Und dann hier unten wieder einen hin. Das ist gar nicht so einfach. Das sieht so einfach aus. Ist es aber gar nicht. Ist es aber gar nicht. Das könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Ja? Das könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Ist ein Lied von den... Ich glaube von den Fantastischen Vieren, oder? Nee, oder was? Fettes Brot? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Das werden nämlich die ganzen Fans, wenn mich jetzt verurteilen. Nö, nee. Das war der und der. Okay. Ich nehme alles zurück. Ähm. Da haben wir schon wieder einen Fehler begangen. Denn der muss hier hoch. So. Und da oben muss einer dahin. Genau. Das sieht supi hoch. Das sieht supi aus. So. 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 Da unten muss der... Ich glaube der muss da... Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt nicht, weil der Bogen nämlich nicht mittig ist. Ihr seht's. Ah, das ist kacke. Das ist kacke. Das ist kacke. Das ist kacke. Das ist ganz große kacke. Denn... Alles umsonst. Alles umsonst. Alles umsonst. Ähm. Mö. 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 Ähm. Das heißt, wir müssen den Bogen ja hier den Dings hinbauen. Hier drunter muss der hinkommen. Ne. Da hin. So. Äh. Ne, der steht zu weit ab. Hier war schon richtig. Huch. Hallo. Äh. Da hin. Da hin. So. Ähm. Ja. Jetzt müsste es eigentlich... Ne. Quatsch. Auf. Oder? Ne. Hä? Hä? Achso. Vertan. Vertan sprach der Hahn. Huch. Ich mal alles kaputt. Ich mal alles kaputt. Ähm. Wir müssen jetzt nämlich hier runter bauen. Dann müsste es theoretischerweise passen, wenn ich das richtig... richtig in Erinnerung habe. Oder richtig gesehen habe. Aber... Ich sehe jetzt schon, dass es nicht stimmt, weil ich mich hier verbaue. So ein bisschen. Mit der Treppe. Das kann man aber ganz getrost hinnehmen, weil ich... Aber jetzt stimmt, jetzt müsste es eigentlich, theoretischerweise müsste es jetzt stimmen. Wenn ich jetzt richtig hier abbaue. Und dann kommt einer da drauf. Ja, jetzt müsste es stimmen eigentlich. Ja. Jetzt stimmt's. Genau. So. Damit haben wir unseren ersten Bogen so gut wie fertig. Ja. Huch. Ähm. Ja. Hier oben wird auch zugebaut. Hier auch. Und hier muss ich mal gucken. Und hier muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse. Ich glaube nicht. Oder werde ich das so komplett... Doch. Ich werde das, glaube ich, komplett mit den Steinen zupflastern. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist eine gute Alternative. Huch. So. Genau. Und da weiß ich noch nicht, wie ich das... Oder auch so vielleicht. Ah, das sieht aber noch nicht aus, oder? Nee. Uppala, Entschuldigung. Das sieht doch nicht aus. Auf keinen Fall. Oder? Oder doch? Oder doch? Oder sieht das aus? Ich weiß es nicht. Egal. Ihr könnt es mir sagen. Vielleicht wird es ja auch die erste... Der erste Boden der... Der... Der zweiten Etage. Ja. Der dritten Etage, glaube ich. Ich glaube, sie schon. Ihr könnt es mir ja sagen. Wenn ich reißen will die ganze Scheiße wieder runter. So. Ähm. Da hinten im Dorf, da fanden sie Achterbahn. Und ich muss hier bauen. Ähm. Ähm. So. Sehr schön. Hatten wir das? Ja, genau. Wir hatten das ja runtergebaut. So. Jetzt müssen wir mal gucken. 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 Vertan. Vertan. Sprach der Hahn. Vier. Äh. Äh. So. So. Ah. Wunderbar. Herrlich. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Das sieht doch toll aus. Das sieht doch supi aus. Wie sieht das von vorne aus? Ja. Könnte ich Gefallen dran finden. Bin ich ganz ehrlich. Könnte ich Gefallen dran finden. Auf jeden Fall. Sieht noch ein bisschen. Man könnte das Ganze ja noch mustern. Ja. Die ganzen Blöcke hier. Könnte man ja theoretischerweise jetzt noch mustern. Dass man einfach sagt, ich baue jetzt einfach. Ach, wißt du was? Ich werde jetzt erstmal hier. Damit das jetzt hier akkurat aussieht. Werde ich jetzt erstmal hier unten. Uah. Uah. Erstmal hier Stein-Dings drauf bauen. War das richtig? Ne, das war falsch. Das war natürlich falsch. Falsch, weil wir da den hinzimmern. Genau. So. Zack. Genau. Ähm. Aber das Ganze soll ja trotzdem auch noch weitergebaut werden mit den Bogen. Das ist ja noch nicht alles. Ja. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier. Die Steine so hinzimmern. Zack, 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 zack. Mein Gott, sie sind schon wieder zwölf Minuten dabei. Ist ja der Wahnsinn. Ist ja unglaublich. Unglaublich. Obelos. Aber hier werde ich trotzdem nochmal die Dings hochziehen. Ist doch, glaube ich, doch besser. Ja. Hallo. 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 Und ist wieder wieder Tag. Wunderbar. Haben wir da einen ganzen Tag für gebraucht, um einfach nur mal das hier zu bauen. Äh. 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 Viele sind ja auch der Meinung, Minecraft ist langweilig. Ich weiß nicht. Also ich kann mich da nicht mit anfreunden, dass man sowas sagt. Oh, ich hab ne ganz großartige Idee, die mir jetzt gerade einfällt. Oh Leute, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Dann wird das richtig Porno. Also richtig klasse. Ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Bin mal gespannt, wenn's fertig ist. Aber ich würde sagen, diese Überraschung heben wir auf. Uns auf. Ja. Für eine weitere Folge. Let's play Minecraft. Und ihr seht's, es wird immer bigger und bigger und größer. Und ähm. Ja. Das wird noch ein bisschen dauern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Bis zum nächsten. Äh. Bis zum nächsten Mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis den nächsten Mal. Tschüss.